Hi Leute! Willkommen zurück! Jetzt geht es weiter mit der Champion Runde von Nocturne und dazu spielen wir jetzt Dominion. So, wir haben heute ein paar Leute dabei, nämlich den Konkros. Das ist der Gringo. Du darfst Hallo sagen. Äh, was? Was? Ja, dann haben wir noch den Galnerius. Wunderschönen guten Abend. Und die Niktura. Hallo. So, Konkros, wir warten darauf, dass du noch reinkommst. Äh, Moment, ich muss kaum Brotschneiden. Ach so. Ich sagte doch, ich will kurz Brotschneiden. Professionelle, hier. Hier sind professionelle Arbeit-Tatwerke. Genau. Nee, wir warten einfach kurz. Stopp. Okay, ich bin mal so freund, informier mal kurz die Zuschauer. Wir drei, wir haben noch nie wirklich Dominion gespielt. Also... Das wird sicher Spaß für euch alle. Ja, ich hab, ich hab Nocturne noch nie in Dominion gespielt. Ich hab hier ein bisschen nur auf Jungle gespielt. Ich bin gespannt, wie der so ohne Jungle ist. So, dann können wir jetzt loslegen. Wir werden sterben. Also, das ist nicht schlimm. Einfach nur Gegner töten und Türmeinung. Ja, der rein. Weißt du, was das Problem ist? Hä? Das sind Leute, die denken, wir haben Ahnung. Vor allem der eine, der bei uns ist, ja. Nein, nein, nein. Dominion wird... Die Leute, die Ahnung in Dominion haben, wissen genau, dass... Leute, die keine Ahnung haben in Dominion, Dominion spielen, um Champions und so weiter auszuprobieren. Äh, sie wissen, dass da lauter Noobs drin sind. Okay. Die rechnen mit sowas. Was spielst du, äh, Bot-Games um Champions auszuprobieren? Ähm, okay, auf jeden Fall. Es gibt einen, der immer Bot geht. Am Anfang. Der Bot-Turm einnimmt und dann versucht, äh, nach links geht und äh, gegen den einen kämpft. Das ist praktisch ein, eins gegen eins. Supers ähnliches wie Mitte. Okay. Das will ich nicht machen. Ich auch nicht. Und... Bernie geht allein. Nee, der, das random geht allein. Ähm. Und... So, wo ist Nocturne? Da ist Nocturne. Und, äh, die anderen vier gehen hoch. Einer davon nimmt unseren mittleren Turm ein. Die anderen drei rennen schon mal hoch und versuchen den Top-Turm, äh, äh, die Gegner, also alle Gegner rennen auch hoch. Und, äh, versuchen den, äh, den Gegner zu dort zu töten und den Top-Turm einzunehmen. Leute, Leute, wir müssen die, die Dinge zu ändern. Das ist vollkommen egal eigentlich, was. Das Dingenszeug, äh, Summoner Spells. Irgendwas, was ihr denkt, dass das richtig geil ist. Irgendwas, was richtig geil ist. Oha. Oh, Summoner. Ja, ich bin noch nicht so weit. Ich mein ja nur. Nicht, dass es halt frei ist. So, dann nehm ich mal das hier. Am besten ohne Smite, was das denkt, Leute. Ich hab Ahnung. Achso, gar nicht. Gibt's da. Gibt's dazu. Dann nehm ich nicht AD Jungle, sondern AD Nahkampf nehm ich. Und, ah, aber AD mit Angriffstempo. Das ist geil. Stimmt, ich wollte auf AD gehen. Annie ist auch geil. In Nidalee ist auch geil in Dominion. Tank Plank auch. Ah, ist ja schön. Wir haben, Amumu haben wir für Tank. Und, äh, Blitzcrank hätten wir dann auch für Tank. Und damit er Leute zu uns ziehen kann. Ich will Schaden machen. Ja, dann mach Schaden. Ja, dann mach Schaden. Und ich mach Schaden. Ja, dann mach Schaden. Ich nehm einfach mal Nidalee. Also, in der Minute ist es tatsächlich so, ihr müsst davon ausgehen, dass ihr im schlimmsten Fall 1 gegen 4 kämpft. Also, äh, ne, rüstet euch einfach für einen 1 gegen 1 Kampf, dann passt das schon. Okay. Okay. Das wird schon passen. Ja, wird schon passen. Okay. Wir werden alle sterben. Ja. Okay. Äh, dann sehen wir uns gleich im Ladepiltschirm. Okay. Hallo. So, wer möchte denn gerne die Gegner vorstellen? Becci. Da hätten wir einmal die Arcadi, die Bluegave Water, Katharina, Hurtzika Wayne, Nasos und Lissin. Einfach nur urstarke Gegner wie Kata, wenn die einmal gefehlt ist, dann fickt ihr einfach mal 1 gegen 5. Nasos seh ich noch gar nicht. Ah, jetzt ist er da. Das ist schon heftig. Wer wird unsere... Ja, okay, die hab ich eigentlich eh schon vorgestellt. Aber wer wird sie vorstellen für diejenigen, die den Astro über irgendwas spielen? Ja, und hier willkommen zu unserem Team, Team, äh, Team, äh, Team Noob. Genau. Da wäre einmal hier der Lockturn, der Gangplank, der Mumu, Litzquang und meiner Wenigkeit der Annie. Dat Annie. Dat Annie. Das ist Annies Geschlecht. Okay, so, mal sehen. Wir warten noch auf Nekturo und Lissin. Ich bin fertig. Man wartet immer auf Nekturo. Jetzt bist du fertig. Ich bin fertig. Der Gegner schließt sich. Ach, er ist auch. Immer. Obwohl, Annie ist ja auch ein Late-Game-Monster. Die kann einfach alles rausbürsten. Ich wäre stark, wenn ich Ahnung hätte. Mit Annie im Late-Game kannst du zwei gleichzeitig. Ein, äh, drei gleichzeitig. Die einen tötest du Instance, die anderen zwei kaitest du so ein bisschen, bis du, äh, die runtergauen hast. Damit du die, damit du die zweiten Instant-Kar öffnen kannst. Und dann ist es nur noch eins gegen eins. Dann tötest du auch einfach. Ja. Obwohl, wenn ich meinen Tibbers richtig setze und alle sind in vielen Sinten direkt da drin, einfach mal eine Wehe reinhast vorbei schon. Mhm. Also, kann schon wehtun. Annie kann richtig wehtun. So, ich glaub, ich wehe hier auch. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nach oben gehen würde. Ja. Dann müsste ich mit Leuten mitgehen. Äh, okay. Es ist perfekt. Ja, also, wenn jemand, äh, Bot geht, dann entweder Gangplank oder Annie würde ich jetzt meinen. Ach, nach unten meinst du? Nach unten, ja. Okay. Dann geh ich mal unten. Okay. Was an Schrecken. Ich eh einnehme und dann hier rüber, ne? Genau. Alles klärchen. Und, äh, der Gegner macht halt das gleiche, bloß Spiegel verkennt. Er nimmt seins ein und geht dann halt dir entgegen und kämpft dann gegen dich. Okay. Und ich kann damit rechnen, dass die einfach mal hier aus dem Busch rauskommen und ganken. Am Anfang wird das... Es gibt Leute, die das tatsächlich machen, aber am Anfang ist es eher nicht so der Fall. Also, du musst aufpassen, falls es Leute machen, schreibe einfach auf die Karte. Wenn, wenn du alle vier gesehen hast, dass die oben mal kurz waren, äh, dann passt das. Ja. Alles klar. Ich hoffe, wir werden mit Anfängern gematcht. Das wär gut. Wer geht jetzt weiter? Wer bleibt stehen? Ähm, einer geht... Ja. Dann... Ja, Nasen geht runter, die anderen vier gehen. Ja, okay. Ja, bitte nur einer von euch beiden. Oh. Äh, ich war zuerst. Gottra. Grim, man kann die ja überall auf der Map sehen. Bei denen haben auch zwei eingenommen. Oh, eben. Okay. Leute. Da kommen sie alle vier. Oh, ich geh da nicht rein, tut mir leid, aber... Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay. Äh, Natura nimmt ein. Nein, ich bin tot. Geht auf Lee Sin. Ich bin auch tot. Ah, Mist. Der Mumu hat dich im Stich gelassen. Geht am... Bleibt einfach hier und verteidigt. Ich bin ein Idiot. Ich hab mein... ...zuverzählt. Und nicht grabben. Wenn du jetzt grabst, ist das dann tot. Wieso? Weil... ...die dann alle in den Turm reingehen. Wenn du einen grabst, gehen die alle in den Turm rein und du bist so low love, die würden dich sofort töten. Wieso? Der Turm hilft ja mit, oder nicht? Der Turm hilft mit, aber einer von denen könnte ihn einnehmen, dann hilft er nicht mit. Okay. Ich hab Cutter nicht gesehen. Deswegen sag ich ja, nicht grabben. Ich bin auch... Ich hab auch nicht gegrabt. Ich bin weitergelaufen. Ja, das ist noch schlimmer. Wenn uns der Turm gehört, einfach am Turm warten und nichts tun. Warte auf... Auf die anderen warten. Bernie, warte auf mich. So... Ich möchte gerne Damage. Okay, kann ich mir nicht sagen. Okay. Nein, verdammt. Fuck. Ich könntest die Sim töten. Ich bin ja leid. Nein, könntest du nicht. Okay. Und ihr habt übrigens ein Schmuckstück, damit könnt ihr euch wiederbeleben. Ah, ja. So, das als erstes. Okay. Bot ist super. Schonmal neutralisiert. Das ist sehr gut. Was? Schaffst du? Ach, den schaffst du, dann... Okay. Dann geh ich... Top. So, ich hab jetzt Ult. Ah, komm schon. Ich konnte meine Dinge nicht mehr machen. Meine Ult. Ah, die Van kommt aber schon. Oh, einmal Nocturne. Ja, das tut, wenn ich weggehen würde. So. So. So, jetzt dann hier. Schließen. Ach, komm. Hier fangen wir weg. Äh, vermutlich kommt sonst vielleicht eine Gap. Kata ist in der Mitte. Ja, die nimmt sich gerade das Ding Item. Zwei Huten auf der Bot. Zwei ist ein Bot. Ja, okay. Das ist nicht schlimm. Der Nasus geht jetzt vermutlich top, weil er gegen dich verloren hat. Äh, die wechseln. Okay. Zurück, zurück. Okay, ich bin tot. Nein, noch nicht. Doch, jetzt. Renn nach unten, nicht zur Basel. Genau, okay. Ich bin schon tot. Hm. Ich bin schon tot. Wenn du weißt, du bist tot, dann renn niemals zu einem unserer Türme. Renn zu einem von ihren Türmen, weil dann haben sie nämlich anschließend einen längeren Weg zu unseren Türmen. Und dann, äh, können sie nicht so schnell, äh, einnehmen. Okay. Was ein Schreck. Oh, die sind jetzt tot. Ah, die sind jetzt tot. Ja, ich komm schon. Ich komm schon. Ja. 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 Ich mach doch einfach schnell. So. Ich geh wieder top. Ich nehm hier schnell ein. Und, äh, erst wenn ihr wiederbelebt werdet, äh, ihr habt einen Tempo Boost. Das heißt, erst einkaufen und dann wiederbeleben. Oh, verdammt, jetzt habe ich aussehen geklickt. Okay. So, jetzt machen wir Duo-Bot schnell und versuchen, deren Bot einzunehmen. Ah, da kommen sie auch schon wieder zu zweit. Ja, egal. Nein, mein E hat nicht funktioniert. Wow, das war jetzt nicht so gut. Aber du kannst sie töten, das ist sehr gut. Haut Tibbers einfach rauf, lass Tibbers den Türm tanken. Oh, das war jetzt nicht so gut. Oh, Dosti getötet, geil. Na klar. Wie das genau? Ja, ließ hin. So, ich komme wieder Bot. Ja, kann ich jetzt machen. Nasus ist jetzt auch Bot. Nimmt Top ein. Versucht Top einzunehmen. So, das ist jetzt die Frage, ob Nasus jetzt auch noch hier ist. Nasus ist Top. Okay. Das Licht verblasst. Dein Team hat die Windmühle eingenommen. Wir unterwegs runter. Mhm. Der gegnerische Nexus ist noch zu 75. Ich verstecke mich ein bisschen und lasse sie näher kommen. Ich habe Ult. Okay. Oh. Nein. Ich habe gleich Sun mehr rein. Jetzt habe ich Sun. Oh, come on. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ach, der ist Top. Dann nehme ich jetzt schnell Bot ein. Ja. Ich bin tot. Nice. Bitch, please. So, die sind immer noch tot, aber die können sich wiederbeleben. Der Failflash. Ja, egal. Ich habe zwar Failflash jetzt gemacht, aber man kann ich eigentlich einkaufen, wenn ich mein Vater? Werde zu staub. Ich denke. Aber, ja, war gut. So, lass mich ihn abhauen. Nimm mir einen. Er greift nicht an. Was sind noch anläufen? Okay, Leute, ich brauche Hilfe. Ich bin ziemlich lowlife und ich sehe Leute auf mich zukommen. Aber ich sehe auch unsere Leute auf mich zukommen. Es sind vier Bot. Ja, klar. Ja, die wissen, dass sie irgendwie verlieren. Ja. So, tötet die Sinn und versucht dann deren Mitte einzunehmen. Es sind nämlich gerade vier Bots. Ja, okay, gewesen. Ah, fuck. Okay. So, aber es gibt acht. Es sind nur zwei. Es gibt drei sind zu sehen. Ah, Nassos ist wieder da. So, ich bin natürlich gut. Okay. Fuck, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Danke, Ben. Also, Ben könnten wir eventuell wegmachen. Bin dünn. Ach so, ich glaube, die werden da hingehen. So, wenn sie da hingehen, dann wollen sie backda- äh, backdawn. Ja, wollen sie. Ja, einfach... Ihr seid hier. Ihr geht hin. Geringa, Geringa macht das schon. Der geht schon hin. Na klar, mach ich das. Einfach killen. Einfach killen. Genau, einfach killen. So, der kann uns jetzt nicht beide gleichzeitig machen. Aber der kann mich machen. Das war jetzt nicht so gut. Oh, der kann mich da losen. Deswegen. Oh, ich habe hier ein Nasus entdeckt. Wilder Nasus. Ich werde sterben. Ich bin tot. Das wirst du. Komm, hol sie dir. Den Tee. Den hole ich mir auch. Der war so blöd mit kaum Leben, da rauszugehen. Da oben ist Amumu. Nice. Oh, fuck. Oh, nein. Keine Cutter. Ich bin eine Cutter. Ich bin unterwegs. Zu dir. Und eine Akali. Okay, jemand braucht Top-Hilfe. Amumu kommt zu dir. Ich brauche ziemlich Hilfe. Ja, Amumu ist gleich da. Ich bin auch tot. Okay, aber das macht nichts. Wir haben deren Bot eingenommen. Drei Leute sind auf dem Weg zu mir. Ich bin auch noch da. Ja, wir haben die Einnahme unterbrochen. Böcki, Vorsicht. Du bist allein, ne? Das ist dir bewusst. Jo. Ich bin noch on my way, aber einen Ulti kann ich leider gar nicht verwenden. Haha, nochmal unterbrochen. Ich nehme es ein. So. Denk ich, Vorsicht, die kommen von hinten. Mist. Ah. Die sind mit dir jetzt vermutlich gleich töten. Okay. Fuck. Nimm es ein. Was? Ja. Boah, der könnte es uns auch noch machen. Nee. Aber das war vorher zu sehen. Wir gewinnen, oder? Wir gewinnen aktuell, aber das Spiel ist noch nicht vorbei. Ja, ja, aber bisher schaut das schon mal ziemlich gut aus. Ähm, übrigens, es sind drei Bots, äh, es wäre cool, wenn ihr deren Mütze einladen. Ich glaube. Okay. Gehen wir weiter jetzt durch. Ich versuch die, was ich tue. Erdauer, er ging zum Gold. Uhhh. So, wo bist du? Ah, der Flash. Ich nehme das ein. Komm, nimm mich hier schnell ein. Mhm. Oh, das ist geil. Doch, ich bin jetzt ganz, durch mein Ult bin ich jetzt ganz schnell von Bot, äh, zu, äh, zu euch top gekommen. Das ist voll geil. Ah, das ist eine geile Ult. Ja. Ich hab. Vorsicht, Nasus kommt. Und Ding aber. Wir gehen auf Vayne. Es ist geschafft. Mir wurscht. Nice. Wir haben es geschafft. Mist, Vayne hat mich gekillt. Ah, ich bin noch tot. Bot fahren wir. Okay, das ist gut. Wir wurscht, wir haben das Ding eingenommen. Es ist mehr Zeit für uns, die wir... Was, wir haben es tatsächlich eingenommen? Geil. Ja, ich hab es noch eingenommen am Schluss. Okay, geil. Der gegnerische Nexus ist nur noch zu 25% in Tart. Der Gegner hat die Raffinerie eingenommen. War mal so. Weiße. So, ich geh jetzt mal schnell top. Ich geh Bot. Da war ich noch nie. Dann geh Bot. Yay. Also ich geh zumindest dahin, wo der Kampf ist. Aha. Ich geh dahin. Da fürchtest du mich schwöre. Yay. Geh mit zusammen. So, ich bin hier unterwegs. Zu euch. Komm von hinten. Äh, ich komm von hinten. Oh nein. Mein Charakter hat sich leider festgepackt. Er hat es geschafft, er doch. Ah, die hat sich geblitzt, weil ansonsten wir hätten wir sie an ihrer Spur von meinem Schatten erkennen können. Okay, das war dumm. Okay, das war kaputt. Ich geh'n mit Tower gekleckt. Okay. Aber das macht nichts, wir haben gleich deren Mitte. Mich auch. Wir haben gleich gewonnen. Schau das auf. Oh je. Oh yeah. Oh fuck, da kommen riesige Nases auf mich zu. Oh, irgendwie tut mein Ohr weh vom ganzen, äh, Dinges. Ähm, zack, zack. Ähm, nein. So, was ist denn noch geil? Ähm, mal an der Rande. Das wär auch geil. Die Kata holt sich nen Superbuff. Vorsicht, Kata ist gebufft, ne? Scheiße, die sind alle auf dem Weg hierher. Dann werde ich da gehen. Aber die haben nur noch 48, oh oh. Hinter mir ist Kata. Ich bin auf dem Array. Baba. Nice. Scheiße Nasus. So, dafür hab ich jetzt geultet. Muss aber, das weiß ich nicht auch. Da kommt gleich die Vayne irgendwo. Ja, die ist aber gleich tot. Die ist tot, ja. Ich bin auch tot. Das ist nicht sehr gut. Aber ich bin getötet, Alter. Verdammt, Akadi war hinter uns. Die kommt gleich. Scheiße. Wir müssen ganz schnell neutralisieren. Den kriegen wir schon. Vereint euch. Jetzt drauf. Okay. Okay. Jemand muss Bot einnehmen. Ja, der keep. Kann, also ich... Nasus ist hier bei uns. Die kommt hoch, die kommt hoch. Da kommt Katter. Alter, okay. Ich wurde weggeburstet, Leute. Ich habe Entzündung auf Nassus, vielleicht stirbt er noch. Nein, er hat überlebt. Ich hatte auf Vayne Ignite, aber die haben mich weggeburstet. Ich dachte mir, Nassus hat so wenig Leben, der stirbt schneller. Ich habe mir jetzt das schwarze Ball. Wohl nein, 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 warte, warte, warte. Schau mal, Forsthammer, das ist noch geiler. So, aber eventuell habt ihr deren Bot gleich. Auf alle Fälle. Becky nimmt mal die Bot ein. Da haben wir Entzündung drauf. Das ist nicht gut, gibt es noch Hilfe. Katter teleportiert sich gerade zurück. Ja. Drei Bot, wir müssen ganz schnell Top einnehmen. Und dann wäre es gut, wenn noch einer Bot geht. Warte. Kannst du Bot gehen? Fuck. Ich habe gerade mein Ulti gesetzt. Du hast wegen gekillt. Und Nassus ist auch fast tot. Du hast gut geholfen, so wie es aussieht. Danke. Ja, war nicht schlecht. Leute, geht weiter, geht weiter, geht dahin. Okay, es sind immer noch drei Bots. Das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell deren Mütter einnehmen. Da kommt Akali. Da konnte ich das auch machen. So, Akali war ein leichtes Opfer. Und ein Wank kommt auf mich zu. Ich kann nicht einen nehmen. Das passt schon, wir machen schon. Ich laufe zurück und nehme mich alle noch ein. Verdammt, Rain hat mich auseinander genommen. Ich brauche ganz schnell jemanden Top. Wir können Gott nicht. Wir kämpfen gar gegen den fucking Rasen. Aber ich kann. Ich habe wiederbeleben. Haha. Aber wir gewinnen das. Wir haben gleich vier Tüme. Ja, ja. Das gewinnen wir, glaube ich, ziemlich sicher. Ja. Oh, jetzt die Ulti. Das wäre so geil. Boah, das war so knapp. Die hätte, die hätte nur einmal richtig schießen müssen und ich wäre tot gewesen. Also ich hätte keine Chance mehr gehabt. Das ist echt knapp mit der Vein. Ah, Dreck ist die überhaupt nicht gegangen. Becky, du hast bewusst, dass da eine Cutter war? Ja. Ist die dich gerade killt? Nein, die hat mich gekillt deswegen. Ah, die und ihr schreift bei Jonas. Was ist denn das? Okay, Vein ist immer noch. Ah, jetzt ist sie wieder geblitzt worden. Okay. Aber wir haben gewonnen. Die können nichts mehr machen. Sie haben zu wenig Punkte. Okay. Wander-Toilette. So, jetzt noch ein bisschen Ult verspenden. Panzen. Und niemand hat sie gesehen, weil ich geultet habe. Ich habe getanzt. Ich wollte, aber ich wollte erstmal hinaus. Ich habe getanzt, als die Sin und Vein auf mich gesprungen sind. Okay. Dann sehen wir uns gleich in der Statistik. Mhm. So. Ich habe mal die geilsten Sets überhaupt. 11, 11, 11. Das ist cool, ja. Ich hatte sowas glaube ich nie. Ich habe eine positive KD. Oh geil. 10, 9, 11. 10, 12, 10. Okay. Aber wir haben alle mehr als 1000 Punkte. Das ist richtig geil. Nur der Nasus nicht. Der Nasus war so der größte Noob von uns allen hier. Der Nasus hat mich ein paar mal ziemlich gut gekillt. Ja, ja. Aber Nasus in Dominion ist halt eher schlecht, weil er kann nicht farmen. Er kann die Stacks nicht holen. Er konnte gerade auch nicht farmen, weil ich ihn zurückgehalten habe, deswegen. Er kann allgemein nicht farmen. Es sind zu wenige Minions da, mit denen er farmen könnte. Das heißt, er könnte höchstens auch Champions farmen. Ja. Und die kann er höchstens entweder alleine killen, wo es dann die Chance ist, dass er stirbt. Oder im Team, wo dann die Chance ist, dass er nur einen Assist macht. Das heißt, er kriegt da auch keine Stacks. Das ist halt eine coolste Summe, also fast nutzlos in Dominion. Yay! Außer er geht komplett auf AD. Oh, Scheiße. Aber dann ist halt seine E ziemlich nutzlos. Naja. Also Nasus ist eher ein schwacher Dominion-Champion. Würde ich jetzt meinen. Aber noch schon war richtig in Ordnung. War nicht schlecht. Naja. Nocturne war gut. Ja. Wir haben doch schon gespielt. Ach du. Ja, ich. 19 Punkte. Ich fand den Gangplank ziemlich gut, Leute. Ja, du bist auch auf dem Platz 3. Wir sind alle 4. Der, der auf dem letzten Platz von uns 5 ist, das ist der Random. Wir waren alle viel besser als er. Naja. Ist doch gut. 19 Punkte bist er vor mir. Ja. Ja. Ja, aber Dominion ist halt mein Main-Modus. Also ich spiele fast ausschließlich nur Dominion. Also es wäre schlimm, wenn ich jetzt nicht Erster wäre. Bei euch. Oh. 19 Punkte, das ist knapp. Ja. Das werde ich in echt sagen. Das war knapp. War auch knapp. Na gut. Also ich fand's auch knapp. So 100 Punkte, das ist schon knapp. Ja. Knapp 100 Punkte. Es wären zwei Einnahmen bei dir gewesen. Naja. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschau Leute. Tschau. Tschau Leute. Tschau. Tschau. Alles gut. Ungleichsverfekte. Das war der erste Streich, um der zweite folgt sogar. Ich blute. Cool. Äh, what the heck? Ich habe ihn gerade mit dem Brotmesser den Finger geschnitten. Ja. Vorsicht. Oh ja. Oh geil. Die Gefahr von alten Broten. Ein bisschen Eisen schlucken. Was? Hm. Ich esse gerade Fisch. Fisch. Und warum? Und was? Weil der Fisch ist frisch. Ich riech nach Fisch. Oh nein. Der Fisch ist Fick. Äh, was? Frisch. Oh, Mieser ist da. Frischer Fick. Nehmen wir doch Mieser mit. Soll, ne? Ja klar. Wenn Mr. Winter nichts dagegen hat. Warte mal kurz. Du gehst kurz kacken? Was? Ich geh in Skype ohne. Oh cool, das ist ein Aufnahmeticking. Oh cool, das ist ein Aufnahmeticking.